Hallo liebe Freunde des Ski World Cup Kronplatz. Ich bin heute hier zusammen mit Manuela Mölk und wir werden uns heute diese Fista Erta, eine der Black Five am Kronplatz ein bisschen genauer anschauen. Komm starten wir Manuela. Guten Morgen an alle. Heute sind wir hier auf dem Start und wir sind ungefähr auf 1.570 Meter und dieses Stück hier heisst Para Paulina und jetzt starten wir. Jetzt haben wir den flachen Stück hinter uns und jetzt kommen wir ins Stück von La Spona und das sind zwei Wellen, wo zu arbeiten, gut mitzufahren und aktiv zu sein. Wir befinden uns hier auf dem Übergang von Para del Tec und wir liegen hier ungefähr auf 61 Prozent und es wird nicht leicht hier runter zu fahren. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ok. Jetzt befinden wir uns im Schatten, also im zweiten Lauf wird es nicht leicht, weil ein grosser Teil von der Piste liegt hier im Schatten. Und wir werden jetzt ins Ziel fahren. So schön hier. Jetzt stehen wir hier am Parterre und im Zielbereich und sie bauen schon alles auf und kommt alle den 24. Jänner uns anzufeuern.